ARD Text im Auftrag von Funk Mit dem Elektroschock oder so Das geht jetzt grausam, was macht ihr? Elektroschock, ey Das wir testen nicht, das war der Fischzeit Ja, aber Fischen sind echt voll asozial, da quält man ja die Tiere Ja, man kann ja testen, ob die Schmerzen führen mit dem Elektroschock oder so Wieso machen die das? Da kann ich ja nichts für Aber angeln ist dann asozial Ach das ist asozial, aber so machen die das halt da gar nicht an sich zu Du hast es grad vorgeschlagen Nein, das ist das, was sie hat können Du hast grad gesagt, man könnte ja mit nem Elektroschock das testen Hast du gesagt Ja, und so machen die das sogar Glück für die Stadt, dass sie auf unserer Seite sind Wo ist denn der Nachschub? Nicht hier oben, glaub ich Hey, perfekter Schuss! Oder? Glaub ich auch Ich seh den Nachschub halt nicht, ne? Ich seh den Telefon, ich seh den Telefon, nee, was ist das? Wahrscheinlich ne Angel, da hinten sind Gefe Wahrscheinlich ne Angel? Extra für dich eingebaut Da 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 Kopfschuss im Laufendruck Find ich gut Komm runter Ich hab die ganze Zeit versucht runter zu gehen, ich kam nicht runter Sparrow 3 hier, sind an ihrer Position und startbereit Kommt doch, wenn ihr euch traut Bereich gesichert Ok Aber ich glaube die Gebiete können wir auch gehen, wenn wir in der Welt 30 sind Dann nehmen wir jetzt die Gebiete, die auch Erfahrung bringen, oder? Ja Weil die Gegner sterben hier zu schnell Echt? Aber hier könnt ihr besser nebenbei angeln Ja Doch Doch Ich muss dann meinen Rucksack leer machen, ich hab 30 von 50 Ach Kevin Wichter Wichter Was sagst du denn? Das ist aber voll langweilig für die Aufnahme, also da musst du echt ein bisschen professioneller werden Mhm Eindeutig Sag dir denn nicht, Digga, aber okay Ich hab das nächste in das Gebiet, was wir jetzt aber glücklich hier markiert Wir haben so viele Gebiete noch zu clearen, ist unfassbar Stefan hab ich schwarz gefärbt Was? Ich teleportier mich jetzt als nächste Safehaus Was hast du schwarz gefärbt? Dich Weil du dich in die Luft gejagt hab, glaub ich, weil ich in der Schütterung eine Kontrolle gespürt hab In der Schütterung der Macht Blitzreise im Kampf nicht möglich What? Haha Fick dich Spiel Bedeidige nicht das Spiel Schau einfach ab Was war das denn jetzt? In der Flasche Wo seid denn die jetzt hin? Das wollte ich grad natürlich mit Wo sind das so durchsteuern? Wo seid denn die jetzt hin? Jetzt nächste Safehaus von Habt ihr euch geportet oder was? Also ich schon Ja ich kann nicht, ich bin im Kampf Ich sag nicht so, als hätten wir noch, äh, gut, zwei Kilometer zu Nein, anderthalb Kilometer zu laufen Ja ich kann auch keine Blitzreise zum Fick dich 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 Leute Was? Was denn? Was denkt ihr über Stefan eigentlich? Er hangelt gerne Das ist ein sehr seltsamer Kerl, oder? Immer macht er irgendwas bei einer Aufnahmesession Tja Immer ist er irgendwas am machen Seine Frau wegen, ähm, Multitasking oder was? Erfreuen sie sich an Manhattans besten Angebot Nicht? Nein, ich bin effektiv Bist nicht effektiv, du bist nutzlos Nein, Quatsch, komm Ich steh hinter Kevin Aha, ich hab wirklich Kevin beleidigt Ach, Dennis, Mensch Ja, was denn? Geh, komm, sag, ja Jetzt hab ich mich zu dir geportet, du bist schon wieder ganz woanders Ganz woanders, ne? Zwei Meter vor dem Kann ich nicht schlagen hier drin Kommen wir nicht so nah Geh, rein Guck dir den Typen da Den Spacko Der läuft zurückwärts Er ist am Backpedal Der wird den, komm doch hier Gut, Kevin, bist du auch mal da? Ja Mal wieder der Langsamste Nein Doch Deine Mutter heißt Kevin und ist die Stärkste im Knast Ach, das Niveau Wie sächtest du sie? Das hat ein Keller im Keller gebaut Ach, Mensch Er lebt jetzt im Erdkern Gut, dann zum nächsten Selfrost, folg mir Wir fischen Die Division ist ja gar nicht so weit weg von Fischen Sorry? Der Division ist ja gar nicht so weit weg von Fischen Deswegen macht das so schon Sinn, dass ich nebenbei beim Fischen bin, der Division Ich kann jetzt nicht sagen, gegen eine Brustwärtswärts keinen Sinn mehr, wenn sie sich nicht qualisieren Dann müssen wir jetzt den Namen ändern, dann Let's play Fishing Guck mal, gegen das kämpfen die Gegen sich selbst Hey, komm, scheiße du Ja, Alter Hey, ich werde angegriffen von der Seite Von hinten Von der Seite Alter, ich spiele die ganze Zeit Das ist echt geil Das ist gar nicht, was du von mir willst Nichts, komm, weiter Der Ficht So zwei Sekunden zwischendurch, wo ich mal Zwei andere Tasten drücke Und meistens nur, wenn ich nicht im Kämpfen bin Was ist ein Bedürftiger? Das Einzige, was ich cool am Angeln finde Ist das Mord, was man kriegen kann Kann man denn da kriegen? Eine Wildkruppe Eine Wildkruppe Eine Wildkruppe Die kriegt man aber, glaub ich, nur im VTLK Gar nicht Es kippt auch im VOD ein Ich bin momentan in Schadrat Macht ihr da oben? Wir sind schon längst weg Ja, warum seid ihr da hochgeklettert? Keine Ahnung Weil wir es können Weil wir Parkour lieben Ja Wo ist das, was ist eigentlich unser Ziel? Äh, das nächste Safehouse Dann das nächste Safehouse Dann glaub ich nochmal ein Safehouse Und dann das Gebiet Und dann nochmal ein Safehouse Im Ernst? Ja Ne, im Detlef Ich möchte nicht immer die Safehäuser verpassen Damit wir uns da ganz weit weg vom Ziel teleportieren müssen Weil wir die einfach umgegangen haben Och, Dennis Hilfere dir aber Och, was habt ihr denn dauernd gemacht? Ziehst du das Let's Play in die Länge? Nein, ihr zieht das Let's Play in die Länge Gar nicht Indem ihr die Safehäuser nicht freischaltet und dann laufen müsst Ja Naja, so kann ich wenigstens weiter angeln Ach, das sind gute Sorry Ich verwechsel die Sorry Das geht mir in WoW auch immer Das nicht, in WoW nicht, wie denn? Hier gibt's kein Friendly Fire Doch Stefan, wo kannst du hin? In der Arena We have food, okay? Reagier halt gar nicht darauf, dass ich deine Aussage gerade wiederlegt habe Was, ja nicht Doch, hab ich Nein, was hast du denn gesagt? Es gibt Friendly Fire in WoW Du kannst in der Arena gegen Allianzler kämpfen als Allianzler Das ist ja kein Friendly Fire, weil das dann PvP ist Ja, aber es ist trotzdem Friendly Fire, es ist eine selbe Fraktion, du kämpfst dann gegen jemand Ja, aber das ist dann doch kein Friendly Fire Natürlich Nein, Friendly Fire wäre es, wenn er dann Verbündeter wäre in dem Kampf Ja, es ist mein Verbündeter Wenn ich in dem Kampf Es ist immer mein Verbündeter, egal ob Kampf oder nicht Weil ich in dem Kampf Nein Scheiße Was ist die, ey? Ist das so? Aber nicht in dem Kampf Aber nicht in dem Kampf Ich bin Dennis, ich kann dir nichts anderes sagen Aber nicht in dem Kampf Besser, du Fischgesicht Gehört ziemlich safe aus, bitte Und dann einfach mal die Fräse halten Also Warnung Sie verlassen jetzt den sicheren Bereich Ich bin nicht in dem Kampf Ich bin da in der Folge, als du gesagt hast, würde ich selber in die Füße walten, damit der Dreck nachrutscht Und ich voll recht hatte mit dem, was du gesagt hattest Und du einfach nicht zugeben wolltest, dass du das gesagt hattest What? Ja Ja Wir sind bei 273 Das interessiert halt keinen, ne? Kevin, interessiert dich das? Hm, was? Was ist das denn? Er hört uns überhaupt nicht zu, weil wir uns nicht interessiert Wie eben vor der Aufnahme Kevin ist bestimmt wieder bei ihm im AFK Siehst du, hab ich doch gesagt Wer Kevin? Wer Kevin? Kann ich sagen Ich selbst nur Senke man nicht kurz im Standby-Modus Ja Ja War zu lange inaktiv Bildschirm schon, hat jetzt nur noch So Oh, ich muss langsam mal meine Balkon-Tür hier zumachen Wird's jetzt zu kalt? Nee Wird's jetzt insektig? Holla Erstmal das Umstoßen Aber ich hab's Licht an, da kommen die Insekten rein Die Insekten Sind die Insekten die Insekten? Die Insekten mich Sind die Insekten? Ja, die Insekten sind Insekten-Sekten Insekten-Sekten Sekten-Sekten-Sekten Okay, ist gut Sekten Langsam ist mal gut hier Wir haben zwar bisher nichts großartiges gemacht, aber wir müssen halt auch mal looten und leveln Das muss drinnen sein im Spiel Oh Leute Mit schöner Grafik und dover Storys Was ist das? Ja, ich würde das nicht angele Angle! 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 Ich tue angelen Wir haben doch kein Problem, oder? Vielleicht geh ich nachher noch beim Tauchen noch an Beim Tauchen? Ja Er geht unter was, um die Fische zu angeln? Das ist ja ein Tauchen Mit dem Jäger Den müssen wir erstmal leveln Ja, ich kann auch nicht mehr Beruf pushen Aber Stefan, merkst du was? Du sitzt am Rand und angelst und er geht tauchen, um die Fische zu angeln Was? Was soll ich das sagen? Er hätte gesagt taure, nicht tauchen Ich hab tauchen verstanden Was? Was? Ja gut, ne? Ach, schon wieder, Funky Da steht's ja auch immer lange Ah, das ist chaoten Ich frag mich, ob ich den Fisch hier überhaupt fangen kann Was steht denn dran? Vielleicht mal Quest lesen? Ja, Blackfin dort soll ich fangen Ja, aber wo? Ja, da wo ich bin Es steht da wo immer das gebiet dran Ja, da wo ich bin Aber ich weiß halt nicht, oh, hier ist nochmal riechleinige Flagge Ich weiß aber nicht, ob ich, uh Ob mein Angelskill schon hoch genug ist Naja, der müsste halt wahrscheinlich auf TBC-Stand sein, ne? Das wäre glaub ich irgendwas nur 3 Runde Mir fällt grad auf Dass ich gar nicht zu dem Safe House hinlaufen muss, glaub ich Du kannst eigentlich die ganze Zeit angeln und wir machen es für dich. Naja, du solltest schon nur hier hinlaufen. Nee, mir wurde gerade angezeigt, Safehouse freigeschaltet, wir könnten da hinweisen. Ja, aber hier gibt es immer so eine Mission, die man abgeben kann, die ein paar tausend XP gibt. Ist das so? Ja. Wie komme ich denn da rein? Hier, immer in diesen Schränken. Ist das Safehouse oben? Ja. Ich habe jetzt wieder 13k RP. Mhm, 13.000. Im letzten war es auch so um die 10.000 oder so. Das ist immer, wie ihr hier EP verpasst. Das ist voll useless, denn. Eigentlich ist kein Schrank. Doch, ganz am Eck. Am Ende. Ja, das ist nicht. Da kann ich aber nichts abgeben. Doch. Nein. Du musst jetzt wiederkommen. Ja. Ja, ich habe auch. Ich habe das eingehört, das war der Freude. Ich sehe sie, sie wird ihnen gefallen. Hier. Ja, da kann ich nichts machen. Leute, dann hast du die Quest nicht, warum auch immer. Ja, wahrscheinlich hat die auch für mich gezählt, als ihr die abgegeben habt. Schade, dass sie nichts gefunden haben. Nee, ich nicht. Deswegen muss ich gar nicht erst irgendwas machen. Ich kann die ganze Zeit draußen beim Safehouse stehen und euch die Arbeit machen lassen. Nee, du musst dich von selber abgeben. Und angeln. Und angeln. Nein, musste ich ja nicht. So zum letzten. Safehouse in einem Quest. So zum letzten. Könnte ich ja gucken, wie viel AP ich habe. Ich sehe das nicht. Das, was du sagst, ich habe mir mit deinem Namen begründet, Kevin. Das finde ich lustig. Was denn? Warum sagt der das? Weil der Kevin heißt. Nein. Sorry, ich meine es ja nicht ernst. Das weiß er, ne? Vielleicht sogar. Schweigt jetzt das Rest des Let's Plays? Eigentlich finde ich den Namen Kevin ja gar nicht so schlimm. Ich finde ja eher sowas wie Justin schlimm. Naja, ich finde Kevin schon nicht so schlimm. Es gibt schon richtig beschessene Kevins. Ja, das hat ja nichts bei dem Namen zu tun, was er so beschissen ist. Ich kenne aber wirklich viele Leute, die ich hasse, die Kevin heißen. Ja, ich kenne mindestens drei Stücke, die ich nicht mag, die Kevin heißen. Und einen, das hält der hier Kevin nicht dazu. Der hat Kevin hier. Der hat Kevin hier, so. Der redet sich mehr mit uns. Das ist ein bisschen Sinn, das in dem Let's Play nicht zu reden. Na ja, nur Spaß. Kannst du auch was über unsere Namen machen. Kevin, hallo? Kevin lebt mich da noch. Hat das so einen Schock. Okay. Ki geht's. sich so bei euch parsley kommt heute hinunter.